Die Kirche 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 Ja, das brauchen wir auf jeden Fall Und dann die beiden auch noch Also erstmal die beiden hier und dann die alle. Und dann geht es weiter. Mann, wassort. Mann, wassort. Aber wenn wir nämlich dann keine Werkzeuge mehr brauchen, könnte ich eigentlich jetzt schon die Werkzeugmacherei abgeißen. Ich sollte mir auf jeden Fall das Gold für Eisen da oben schnappen. Hat er eigentlich keine... Er hat eine ordentliche Händler-Gilde, aber... Ansonsten hat er wohl keine Produktion. Schneiderei, 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 Weberei, Metzger, Werkzeugmacher. So, das sollte jetzt eigentlich unser Nahrungsproblem lösen. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. So, jetzt können Fischgründe nicht mehr alle gehen. So, dann zählen wir mal 6. Nochmal 6 macht 12. Nochmal 6 macht 18. Okay, erstmal 18. Jetzt sollten genug Bier und Nahrung. Äh, ja, Nahrung reinkommen. Hauptsächlich Fisch halt, aber das ist ja nicht so wichtig. Fisch. Was ist das? Sie haben erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Glückwunsch, eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Und ja, eigentlich sollte ich das hier dann auch... Ja, doch, das ist die Forschung. Die als nächstes. Ja, das hätte ich auch... 4, 2, 1... Ja, das hätte ich nicht. Ja, das hätte ich nicht. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Ich brauche jetzt noch 4 für die Forschung und dann 8. Also gehen wir auf 10 Uhr. So, der Ausbau kostet Stein, also warten wir damit noch. Weil Stein ist so das einzige, was wir gerade nicht kaufen können. Und ich sehe auch, abgesehen von dem Anderen, keinen Weg an Stein zu kommen. Glückwunsch, eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Hm? Hm? Ja, langsam kriegen wir die Technologie. Technologien rein. Wenn wir diese Technologie noch haben, dann sind wir eh safe. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020